Das aktuelle ZDF-Morgenmagazin ist am Dienstagmorgen ausgefallen. Unser Morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen, teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz auf Twitter mit. Nähere Angaben dazu gab es vom Sender zunächst nicht. Morgenmagazin, Moderatorin Dunja Hayali, 48, twitterte, das raute MoMA fällt heute aus, Warnstreik. Wir sehen uns morgen wieder. Auf der Seite der Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden, VRFF, war am Morgen zu lesen, wie bei den ARD-Anstalten zuletzt, bewegt sich auch in den Gehaltsstarifverhandlungen beim ZDF nicht wirklich etwas. Daher tritt auch dort die VRFF-ZDF gemeinsam mit den Gewerkschaften DJV und Verde in den Warnstreik. Von 3 Uhr bis 10 Uhr und 30 Minuten werden die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Essen und warme Getränke gibt es vor dem ZDF-Hochhaus. Das ZDF-Morgenmagazin läuft im wöchentlichen Wechsel mit dem sogenannten Montagma der ARD. Die dreieinhalbstündige Sendung ist normalerweise montags bis freitags von 5.30 bis 9 Uhr im 1. und 2. zu sehen. Im 1. lief am Dienstag stattdessen die Wiederholung einer älteren Montagma-Ausgabe. Das ZDF sendete ebenfalls ein Ersatzprogramm.